Das ist Toni. Toni hat sich 2008 eine Wohnung gekauft. Dafür hat er ein Darlehen bei seiner Bank aufgenommen. Toni freut sich über seine schicke neue Eigentumswohnung. Zwei Jahre später verliebt sich Toni in Anna. Anna zieht bei Toni ein und nach kurzer Zeit bekommen sie ihre Tochter Emma. Die Wohnung ist jetzt zu klein für Toni, Anna und Emma. Da die Immobilienpreise in den letzten Jahren gestiegen sind, verkauft Toni die Wohnung 2012 zu einem sehr guten Preis. Toni freut sich. Allerdings verlangt die Bank von Toni für die vorzeitige Kündigung seines Kredits einen Schadensersatz für entgangene Gewinne, die sogenannte Vorfälligkeit. Darüber ist Toni nicht glücklich. Nach zwei Jahren erfährt Toni, dass durch Vertragsfehler in seinem Darlehensvertrag die Vorfälligkeitszahlung und die Zahlung der Bearbeitungsgebühr an seine Bank nicht gerechtfertigt waren. Daraufhin wendet sich Toni an seine Bank und fordert die ungerechtfertigten Gebühren zurück. Er erhält jedoch von der Rechtsabteilung seiner Bank eine Absage. Durch einen Freund erfährt Toni vom Finanzwächter. Dorthin sendet Toni seinen Kreditvertrag. Der Finanzwächter arbeitet mit einem Netzwerk von Spezialisten und Rechtsanwälten zusammen. Diese überprüfen Tonis Kreditvertrag kostenfrei und unverbindlich nach ungerechtfertigten Gebühren und fehlerhaften Vertragsklauseln. Die Überprüfung des Kreditvertrages hat ergeben, dass für Toni ein Rückholpotenzial von ungerechtfertigten Zahlungen in Höhe von 20.000 Euro besteht. Nach Zahlung einer geringen einmaligen Gebühr beauftragt der Finanzwächter nun Dienstleister und Rechtsanwälte und übernimmt jetzt alle Verfahrenskosten. Wie in über 90 Prozent der Fälle ist der Finanzwächter auch für Toni erfolgreich. Die zurückerstatteten Gebühren in Höhe von 20.000 Euro werden nun 50-50 zwischen Toni und dem Finanzwächter mit seinen Dienstleistern und Rechtsanwälten geteilt. Toni freut sich. Er hat 10.000 Euro zurückerhalten, ohne ein Risiko einzugehen. Der Finanzwächter hat das komplette Prozessrisiko übernommen und Toni hätte im Falle eines Nichterfolgs die gesamte bezahlte Gebühr zurückerstattet bekommen. Und das Ganze hat Toni nicht einmal 10 Minuten Zeit gekostet. Nachdem es mit seinem Immobilienkredit so gut geklappt hat, durchforste Toni seine Unterlagen zunächst nach Verbraucherkrediten, Kfz-Finanzierungen, Autokredite, Leasingverträge mit Restwertklauseln und Gewerbekrediten mit Beginn ab dem Jahr 2002. Für eine kostenfreie Überprüfung sendet er seine Unterlagen wieder an den Finanzwächter, der durch sein Partnernetzwerk ungerechtfertigte Gebühren aufgrund fehlerhafter Vertragsklauseln zurückfordert. Toni ist von der Dienstleistung des Finanzwächters begeistert und empfiehlt diesen an seine Freunde weiter, welche nun ebenfalls ihre Verträge auf Rückholpotenzial prüfen lassen.